Ja, das ist bei dieser Sorte immer ein Problem. Komme gleich wieder. Ja, beeil dich. 8 Sekunden später. Nun stell dich nicht so an. Es ist doch nur eine Fahrt mit der Achterbahn, da schaffst du locker. Nein, schaffst du nicht. Weil du ein riesen Kreischebaby bist. Was du nicht sagst. Das hatten wir zwei schon beim letzten Mal geklärt. Du bist gefeuert. Aber ich arbeite doch gar nicht hier. Möchtest du einen Job ab sofort? Aber klar doch. Du bist gefeuert. Juppie. Inzwischen. Lass das au. 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 Lass das au.